Herzlich Willkommen zurück zu Part 14 von God of War Extension und jetzt wollen wir wieder starten und habe ich leider in der Cutscene letzten Part aufgehört, aber jetzt geht es weiter, weiter. Ich darf jetzt aufpassen. Okay, Herz raus, Herz raus, Herz raus! Sag ich doch, Herz raus! Hm, also das war die Anführerin. Jetzt brauchst du auch nicht wissen. Hm. Wenn wir Delos vorbei sind, desto besser für uns. Es heißt, er sei verflucht. Könnten wir Delos nur südlich umsegeln? Das ist Delos? Es heißt, der große Archimedes habe diese Statue für Apollora aus. Warum halten wir an dieser verfluchten Insel? Er ist fort. Verlassen wir diese hellen Insel. Schnell, bevor der Fluch uns befällt! Das dürften wir aus den vorherigen Videos sehen, ähm, vor der Veröffentlichung dürfen wir das gesehen haben. Genau hier, die Insel. Im Multiplayer war das, glaube ich. Also haben sie das... Können sie das in der Multiplayer... Oh, was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Was? Ach... Gegen so einen kleinen Pisser verlierst du? Oh! 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 Gib mir das Schwert! Och, das war eigentlich gar nicht, aber... Kommt her! Oh! Was ist ja ein Ding. Ach... Hau! 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 Oh! Hau! Mhau! Juh! Ah! Hau! Bumm. Komm, großer Meister. Deine Untertanen sind schlecht gewesen. Könnte gar nichts sein. Bin doch nicht bösartig. Komm her. Komm her. Komm, größer Meister. Bumm. Bumm. soll zu denen also aber erst mal werde ich hier habe ich die ort um zorn 12 zorn luft mit r2 beschreibung ja habe ich voll das habe ich voll ich krieg aber noch zwei ich kann ich noch dass ein level höher machen so schattig stoß statik stoß statik stoß luft als poseidons das hier ist noch von aris da werden die nächsten reingepunkt also die letzten jetzt gehen wir zu diesen jünger hier gib mal das her was ist denn das eine krake schuldig uberos amoled können wir machen so wieder herstellen so 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 So, rüber und rüber. So, Aufzug. Einmal bitte nach oben. So. Was habt ihr denn? Vor den Pissern habt ihr Angst. Anscheinend. Gute her. Boom. Ich will jetzt nochmal ein paar Techniken austesten. Wenn da alle gezeigt wurde, ist ja nicht schlecht. Komm hier mal mehr oder wie? Ich will jetzt nicht. Dann kommen wir auf hier. Komm, WITCH! H-Mode Kompam Komm her, Pisser Okay, da muss ich hin Gut, aber erstmal will ich mir Lebensenergie zurückholen Schwert brauche ich nicht, sprinten mal dahin So W a W a W a W a W a W a W W a W a dumm ist. weh. Sollte man das Element wechseln. Im Donner kann ich nix machen damit. Nein, damit. Damit könnt ihr also nix anfangen. Gibt doch Feuer. Hallo? Die sterben, Mann. Dankeschön. Hier gehts ja gerade ab, ey. Puh. Abbau gehts ja ab. Nehme ich mal das wieder. Aber wenn sie mir beides haben, nehme ich natürlich beides wieder. Wie soll ich da hochkommen? Achso. Gehen wir doch mal hierher. So. Hopp, hopp. Hopp, ja. Kato ist ja noch besser als ein Assassine. Mh. Lecker. Ein, äh... ...gröser... ...Elefant. So. Aber hier... ...wär ich noch keinen kann machen. Ich hab mich vertan. Benjamin ein bisschen froh jetzt gewesen. Zurück! Benjamin Blümchen! Waged hier gerade ziemlich. Was ist das? Benjamin. Weißt du das mal, Benjamin? Ist nicht nett. Benjamin Blümchen. Mann! Benjamin! Mann! Magie verschweifen nicht und wieder nicht. Benjamin! Du... ...dummer Elefant! Achso! Brauche ich mal einen Kopf. Nein! Und einmal das Kopf! Ne, das Kopf auf, sag ich schon. Das Gehirn raus. Erstmal zeigen, wie das erstmal aussieht. Das sah nicht sehr... ...gesund aus. Ich finde. So, irgendwie... ...Blut unterlaufen. Naja, es... ...sah nicht gut aus. Dr. Kratos hat das, äh... ...fachmännisch wieder repariert. Und jetzt kannst du weiterleben. Ich heiße Dr. Kratos. Mit der Lizenz zum Töten. Terör! Schade. Naja. So, rüber. Rüber. Hoch. 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 Rüber. Ach... ...habe ich verschießen jetzt. Bumm. Bumm. Ich bin drin! Das Schild kann man ja mal nehmen. Hm. Was das was bringt? Dankeschön Hier müssen wir also nicht Achso Ich wollte schon kaputt hauen Ah, da kommst du wieder, du hässliches Fisch Wenn man keinen nerf auf die zu dummes geht Schicke dich Oh, schon 3000 Geht ja jetzt schnell, ey Kommt ihr mal her Wenn wir nämlich Billard mit euch Ähm, Fußballmann Bumm Der nervt nämlich So ziemlich So Da oben muss ich hin Beziehungsweise da muss ich hin 4.000 Und was investiere ich denn jetzt mal wieder 4.000 Können wir da schon mal ein Level abbringen So 2.000 2.000 können ich immer noch Einzug holen Haarles Armee Okay 3.000 Macht nix So Geben wir hier nochmal 1.000 rein So Hier muss ich irgendwas machen Achso Nehmen wir dich mal mit Was passiert, wenn wir das hier machen? Aha Achso, so, 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 ja, ist in Ordnung Ich hab's gecheckt Ich hab's gecheckt No problem Ich geh da hoch So Hier Okay, was mach Ne Aber ich kann hier drauf, oder? Ne Achso Achso, das muss ich irgendwie fahren Hm Telefon So Ist wahrscheinlich aber nicht für mich Nein, ist natürlich nicht für mich Jetzt wollten die auch schon großartig immer mehr von mir So Ich zieh das mal nach hier Wieder herstellen Was ist denn das wieder? Ich bin das nicht Hoppala Und jetzt In der Aufstellung spart ich auch noch mein Mikrofon rum So So So, weiter ziehen Jetzt kann es weiter gehen So Bis zum Ende So Und hier drauf Zerfallen Das wieder Oder war das falsch?